Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast eine Zeitreisende, Künstlerin, Genetikerin, Bilbo Calves. Bilbo, herzlich Willkommen im Studio. Guten Tag. Ich will keine langen Einführungen machen, direkte Frage, was mich wirklich brennend interessiert. Du hast an einer Veranstaltung gesagt, du seist Zeitreisende aus dem Jahre 1114. Ist das symbolisch gemeint, ist das künstlerisch gemeint oder ist das echt? Naja, das ist 2114, nicht 1000, sondern 2001. Es gibt manche Themen, wenn man die direkt erzählt, dann wird es schwierig, die zu akzeptieren oder die anzunehmen, weil die so weit weg sind von unserer Vorstellungskraft. Dafür macht man Märchen oder Sound-Fiction-Filme und so weiter. Also manche Themen kann man nicht direkt sagen und da hilft, unterstützt die Leute, wenn man das packt in ein Märchen. Das ist also der Grund. Also eher eine künstlerische Variante von etwas, was du uns sagen möchtest. Genau. Was ist denn die Botschaft darin? Okay, die Botschaft ist, dass es gibt mehrere Botschaften, die dabei eine Rolle spielen. Botschaft number one, also die erste Botschaft ist, dass das Geld muss abgeschafft werden. Und es geht nicht nur um das Geld, sondern es geht um das Zählen. Das heißt, ich sage nicht, eine geldlose Gesellschaft heißt, dass man anfängt zu tauschen, wie im Mittelalter oder früher. Ich sage, man muss aufhören zu zählen. Wenn ich dir etwas gebe, bist du nicht verpflichtet, mit etwas zurückzugeben, das den gleichen Wert hat. Du kannst auch mir eventuell nichts geben. Oder mehr. Oder mehr. Oder weniger. Oder weniger. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, dass es in China so ist, wenn du ein Geschenk bekommst von jemandem, darfst du nicht ein Geschenk zurückgeben vom gleichen Wert. Du musst ein Geschenk zurückgeben, der viel mehr oder viel weniger ist. Der Grund ist folgendes. Wenn ich dir etwas gebe und du bezahlst mich mit etwas, was der gleiche Wert ist, oder gib mir zurück, was der gleiche Wert ist, dann sind wir quitt. Wir brauchen nicht mehr miteinander reden. Wenn du aber mich mehr gibst, was ich gebe, oder weniger gibst, als was ich dir gegeben habe, sind wir in einer Beziehung. Das heißt, wir sind noch miteinander verbunden. Ich bin schon die Hälfte meines Lebens in Berlin, aber ich lebe nicht in eurer Zeit. Ich komme direkt auf das Jahr 2114. Der Grund, dass ich hier komme, ist, dass in meiner Zeit und als Geschichtlehrerin erzählen wir, dass das große Erwachsenen angefangen hat 2014. Und es war mir wahnsinnig wichtig, dass der Ursprung davon zu sehen, was sind das für Menschen. In unserer Welt gibt es keine Regierungen mehr. Deswegen hat sich das Problem der Farben erübricht. Es gibt überhaupt keinen Zwang. Also man hat festgestellt, dass ungefähr 2% der Bevölkerung sind Initiatoren. An Heften sind Leute, die gerne machen, aber die wollen wissen, was zu tun ist. Und da gibt es noch eine andere Basis, die manchmal aktiv sind, manchmal wieder passiv. Wir haben auch ein paar Zerstörer und so weiter. Aber alles im Ganzen funktioniert das Ganze. Gut. Etwas noch sehr, sehr wichtiges zu wissen, ist, dass wir haben die Währung abgeschafft. Wir sind kein monetarisches System. Das bedeutet, der Motto ist, ich gebe, also wir bekommen. Werte wie Belohnung und Strafe sind abgeschafft worden. Und dafür haben wir Initiativ, Verantwortung, Partizipation. Das sind die Grundwörter, dazu kommt Empathie natürlich und Respekt. Wir haben Regeln, nicht denken, dass es Chaos ist. Also ein gewisser Chaos herrscht, aber ich glaube nicht mehr als hier. Ihr müsst wissen, dass wenn man kein Geld hat, muss man gar nicht so wahnsinnig viel arbeiten. Also man kann viel Kunst machen, man hat viel Zeit für Kultur und andere Geschichten. Als Reaktion gab es eine Spam-Attacke weltweit von Kindern, die alle überall wahnsinnig suite Videos gepostet haben mit ihren Tieren, mit ihren Bildtieren. Wir wollen nicht mehr, dass Fleisch konsumiert werden und dass man Tieren wehtut. Diese Attacke war so massiv, dass es nicht mehr in den Griff zu bekommen war. Und es würde also Mitte der 60er Jahre entschieden, auf Fleisch und Produkte von Tieren zu verzichten. Eigentlich sehe ich, ich bin da seit ein paar Wochen, dass alles schon vorhanden ist. Es ist eigentlich nur die Frage der Vision, wie Lars sagte. Ich muss die Vision sehen. Und deswegen bin ich gekommen, um auch zu sagen, dass die Vision existiert, stattgefunden hat und möglich ist. Jetzt ist es heute ja so, dass die meisten Menschen gucken, wo kriegen sie etwas möglichst billig. Ja. Was bewirkt denn das in der Folge? Wenn man immer alles billiger will, als es den Wert eigentlich hat. Also, okay, das hat mit dem Thema nicht direkt zu tun, was ich gerade angesprochen habe. Aber wenn man versucht, immer etwas Billiges zu nehmen, dann heißt das, dass man die Arbeit von den Leuten, die davor waren, nicht wahrnehmen möchte. Also man besteht darauf, etwas zu bekommen, sozusagen umsonst, egal was es kostet. Und damit hat es nicht zu tun. Also eine geldlose Gesellschaft heißt nicht, dass man die anderen ausnutzt. Was der Fall ist, wenn man ein billiges Produkt kauft. Weil ab dem Moment, wo man etwas kauft, ein T-Shirt für zwei Euro heißt, es ist jemand in der Geschichte ausgenutzt worden. Es ist meistens nicht nur eine Person, sondern mehrere und sehr wahrscheinlich auch Kinder. Weil die lassen sich am einfachsten ausnutzen, weil die keine Wahl haben. Das heißt, wenn man was billig und diese Gier nach billig zeugt, ist eine sehr respektlose Haltung gegenüber den Leuten, die sich ein Produkt bieten oder eine Leistung bieten. Das ist natürlich in meinem Bereich als Künstler sehr extrem. Also die Künstler, die werden nicht bezahlt oder ganz wenig, weil sie sagen, ach, ihr habt eh Spaß mit dem, was ihr macht und ihr würdet das sowieso tun, auch ohne Geld. Das stimmt. Das ist ja das Problem, dass man macht es natürlich trotzdem. Aber gleichzeitig ist es eigentlich eine respektlose Haltung gegenüber den Künstlern, weil er auch was gibt. Und man muss nicht vergessen, dass in einer Gesellschaft in 200 Jahren von jetzt, wenn man über eine Kultur denkt, worauf erinnert man sich, wenn nicht die Kunst? Und das heißt, das ist ja eigentlich ganz normal, dass eine Künstler unterstützt, oder nicht die Stadt sogar, sollte die Künstler unterstützen, und damit sie am Leben erhalten und wirklich würdelos leben können und nicht noch irgendwie an der Fabrik am Wohnen arbeiten müssen, damit sie Kunst machen können. Die müssen natürlich komplett unterstützt werden, weil die sind richtig wertvoll für die Zukunft und auch, weil sie in der Gesellschaft was verändern können. Also zurück zu deiner Frage. Das erste Topic war, worüber geht es? Es geht um das Geld, dass man das Geld abschaffen kann und sollte. Und um das Geld abzuschaffen, muss man anfangen, miteinander Vertrauen zu bauen und wissen, dass es darum geht, dass es gibt eine Suppe und die ist für alle da und die muss schmecken. Also ich muss da in dieser Suppe was Gutes tun, damit die Suppe für mich schmeckt. Wenn ich in der Suppe spucke, ist sie für alle vergiftet. Und die Suppe ist da, wo wir alle leben. Es ist unser energetisches Feld. Das heißt, es ist unsere Gesellschaft und die muss man schätzen. Und wenn man kein Geld hat, dann wird es noch deutlicher, die Sache, weil dann werde ich nicht ein Produkt bauen, der weggeworfen wird in zwei Wochen, weil ich gebe auch nicht meine Energie für ein Produkt, der wertlos ist. Das heißt, wenn ich ein Produkt mache, dann gebe ich natürlich die Intention, dass es gut ist. Dann ist das Geld, das Geld ist dann aber nur das Symptom eigentlich der inneren Haltung der Menschen. Das Geld ist ein Hindernis, damit wir uns entwickeln, positive entwickeln und damit die Suppe schmeckt. Weil durch das Geld ist es so, wie es würde ein bisschen ein kleiner Extratopf sein von Suppe, nur für die Elite. Und die anderen müssen sich eine Suppe teilen, die einfach richtig versäucht ist von A nach B. Das Geld ist ein Symbol. So ist es doch heute. So ist es natürlich heute. Und das muss man nicht aufhören. Zu was das Geld ist, ich glaube, dass, okay, das Geld ist gerade das Problem, weil es das Werkzeug ist. Aber das Problem ist nicht das Geld, weil es geht um Macht. Das Problem ist die Macht. Das heißt, das Werkzeug zur Macht ist das Geld. Um Macht zu haben, muss ich Geld haben. Die Männer glauben immer noch, dass wenn sie viel Geld haben, bekommen sie mehr Frauen. Und wenn sie eine Frau bekommen, dann können sie ihr Genom weitergeben, sich weiter fortpflanzen und darum geht es. Und denkst du, dass die Männer damit aufhören, wenn man ihnen das Geld wegnimmt oder bringen sie einfach was anderes? Wenn man das Geld wegnimmt und nichts tut, was Erziehung betrifft, dann werden sie was anderes suchen, um ihre Macht zu haben, damit sie doch ihren Genen weitergeben. Das ist klar. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir nehmen einfach das Geld weg und machen nichts. Das kann nicht funktionieren. Man muss natürlich überlegen, okay, wenn das Geld weg ist, wie geht man miteinander um? Das heißt, es geht um eine Bewusstseinebene. Das ist, dass wir ein Shift machen von dem egoistischen Ich zu dem Wir. Und im Grunde ist es auch das Thema von meiner vorherigen Ausstellung, wo ich dann im Raum von Gesichtern, symbolisch die Gesichter zeige, dass die Gesellschaft, die wir jetzt haben, in der wir jetzt leben, ein Ausdruck von der linken Gehirnhemisphäre, mathematisch, das Geld. Es muss doch eine Erfindung von der linken Gehirnhemisphäre sein, weil der rechte kann nicht zählen. Also das ist automatisch eine Erfindung von der linken Emisphäre. Und es geht darum, dass man anfängt zu entdecken, eine Emisphäre, die ein bisschen verloren oder vergessen worden ist. Es ist natürlich sehr symbolisch, weil man muss wissen, dass beide Gehirne miteinander arbeiten und eigentlich gar keine Handlung stattfinden, ohne dass beide miteinander sich austauschen und kommunizieren. Aber die funktionieren tatsächlich anders, weil wenn Leute zum Beispiel, die beide Gehirnhemisphäre getrennt haben durch einen Split, das heißt Leute, die zum Beispiel epileptische Anfälle hatten, man hat entdeckt, dass wenn man die Gehirnhemisphäre trennt, haben sie weniger Anfälle. Dann durch diese Patienten könnte man feststellen, wie die Gehirnhemisphäre funktionieren. Die funktionieren tatsächlich anders. Ich will da nicht eingehen, weil es ein großes Thema, aber es hat uns dazu erlaubt, diese Patienten, dieses Studium, zu sehen, dass sie wirklich tatsächlich anders funktionieren, die beiden Hemisphären. Also es ist sogar ein Experiment, wo man weiß, der eine Hemisphäre glaubt an Gott und der andere nicht. Aha, im selben Menschen. Im selben Menschen. Also natürlich, die Informationen werden ständig ausgetauscht bei normalen Menschen, aber wenn die getrennt sind, dann kann man anfangen zu gucken. Und es ist so, dass der Mensch auch manchmal das Gefühl ist, ich bin meine Emotionen und ich bin mein pragmatisch, was traue ich gerade? Meine Emotionen wählt oder meine pragmatische Haltungen, meine Erfahrungen, also Schlussforderungen, ich muss jetzt so handeln oder meine Intuition, die sagt, mach so. Also das heißt, wir sind es schon selber im Klinch als Mensch mit so einer bei der Hemisphäre. Ja, wenn ich das recht verstehe, dann geht es jetzt darum, diese Verbindung wiederherzustellen. Es geht nicht nur darum, die Verbindung wiederherzustellen, es geht vor allem darum, tatsächlich mehr Raum zu lassen zu den Wir, also zu den Rechten gegen die Misswehr. Ich gebe dir mal eine Geschichte, die erzähle ich ja auch in meiner Arbeit, in meinem Buch. Das ist so eine Frau, die heißt Jill Beuter-Taylor, das ist eine bekannte Neuron-Atomistin und die hat eine Rede gehalten und ein Buch auch geschrieben, das heißt The Stroke of Insight. Und diese Frau, die hat einen Schlaganfall in der linken Gehirnhemisphäre, das heißt sie wurde plötzlich getrennt von der Rationalität. Sie könnte nicht mehr sprechen, wenn sie gesprochen hat, also kam kein... Ja, ich habe das, glaube ich, bei TEDx gesehen, für ihren Vortrag. Sehr, sehr schönen Vortrag. Und die müsste acht Jahre lang leben in der rechten Gehirnhemisphäre. Und die erzählt, was für mich, was sehr, sehr fantastisch ist, die erzählt, dass sie in dieser Zeit nicht in der Lage war, einen Unterschied zwischen sich selbst und der Rest der Welt zu spüren. Die könnte die Haut nicht als Grenze zu sich, zu der Welt empfinden. Die war eins mit dem Kosmos. Und ich glaube, dass wenn man das erlebt, dann es ist ganz klar, dass wenn man in der rechten Hemisphäre sich befindet, man kann niemanden mehr böse tun. Man kann niemanden mehr erschießen, weil man würde sich dann selbst erschießen. Und die Botschaft von dieser Frau, die eigentlich auch meine Botschaft in der Ausstellung, auch jetzt ist, ist, dass wenn man entscheidet, mehr Gewicht an der rechten Hemisphäre zu geben, also ihm wieder das Wort geben und ihm wieder zuzuhören, das ist der Schlüssel zu Frieden. Wie entwickelt sich denn die rechte Gehirnhälfte am besten? Also es gibt da tausend Wege. Also natürlich ganz, ganz bekannt und auch viel darüber gesprochen ist spirituelle Arbeit, also Meditation und die Natur, Umgang mit der Natur, Umgang mit Kindern, Umgang mit der Kunst, Musik. Das sind diese ganzen Bereiche. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Extremsportler, wenn er dann zehn Kilometer läuft oder länger, der kommt auch in, was man nennt, der zweite Atem. Es hat auch damit was zu tun. Dann ist er nicht mehr so in diesem Dasein, sondern er ist schon in der Gegenwart komplett, aber der trennt sich ein bisschen. Also das ist so ein meditativer Zustand. Ich denke mir, das kennt eigentlich jeder in diesem Moment. Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt in Bezug auf die Zukunft, schlussfolgere ich mal, dass es wahrscheinlich dann auch Schule in dem Sinn, wie wir sie heute kennen, dann gar nicht mehr gibt, weil sie nicht mehr nötig ist. Wie werden, deiner Meinung nach, in der Zukunft dann die Kinder lernen? Wird das ganz anders sein? Ja, also es muss anders sein, damit es funktionieren kann. Also die Schulen, die wir jetzt haben, die sind spezifisch für die linke Hemisphäre gebaut oder strukturiert. Komplett. Frontaler Unterricht, Wiederholung von Fakten, sehr große Gewicht an mathematischen und wissenschaftlichen Elementen, sehr, sehr wenig Lenkung auf Forscherarbeit oder selbe Denken, selbe Entwinkel, selbe Entscheidungen machen. Das kommt ein bisschen alles zu kurz. Kopieren einfach. Ja, natürlich, es gibt auch Waldorfschulen und Montessori-Schulen, die dann schon probieren, weiterzugehen. Die Richtung stimmt ja schon. Muss noch weitergehen und es muss auch wieder Standard werden. Das heißt, dass man wirklich sagt, ein Platz zu dem rechten Gehirn-Hemisphäre muss her. Fängt an, die Kinder kommen in der Schule, dann fangen nicht um 8 Uhr morgens mit Mathe. Oh, Gott sei Dank. Das ist schon mal falsch. Oder zum Beispiel Dinge, da bin ich ein großer Verfechter dafür. Ich habe es auch versucht in der Schule von meinem Sohn, würde nicht akzeptiert. Jugendliche, die haben eine andere Chronobiologie als Erwachsenen und andere Chronobiologie als Kinder. Das wird zum Beispiel nicht respektiert in der Schule. Also ein 17-jähriger Junge zum Beispiel, ihn um 8 Uhr morgens in der Schule zu schicken, ist rein Folter. Theoretisch sollte man die Schule anklagen dafür. Weil man muss wissen, dass in früheren Zeiten die Jugendlichen von dem Alter waren unsere Wächter. Also in prähistorischen Zeiten, die Jugendlichen, die haben der besseren Nachtsicht. Die sehen am weitesten und am besten in der Nacht. Von dem ganzen Leben sind die 14- bis 20-Jährige so ungefähr pauschal. Und das heißt, individuell kann es eigentlich anders sein. Das heißt, diese Jugendlichen, die haben die Ware gehalten nachts. Die sind geblieben, damit zu gucken, dass kein wildes Tier kommt und alle Menschen umbringt, die da leben. Und das war deren Grundaufgabe, die Jungs. Und deswegen haben die Jungs so ein Problem in der Pubertät, in der Schule. Das ist ja kein Zufall. Weil die robbt man den Schlaf, den sie brauchen, weil sie würden theoretisch um 4 Uhr morgens, 3 Uhr morgens vielleicht ins Bett gehen oder vielleicht sogar noch später. Und diese Kinder, die sagt man, nee, du stehst um 6 Uhr auf. Das ist die Zeit, wo er ins Bett geht. Das ist absurd. Genau so habe ich das empfunden, damals als Kind. Das war grausam für mich. Ich arbeite auch heute noch am liebsten nachts. Ja, ich auch. Und da kommt noch eine zweite Sache, deswegen diese Schule, frühmorgen ist ein Skandal, ist, dass unsere Künstler und unsere Denker sind sehr oft Nachtmenschen. Warum? Weil eigentlich die Nachtmenschen sind oft Leute, die rechte Emisphäre dominant sind. Ich weiß, dass diese Begriffe sind verpönt und so weiter, aber ich bin Künstlerin und ich gebe mir einfach das Recht. Du hast die künstlerische Freiheit bei uns. Also, und diese rechte Emisphäre ist nicht so extrem formatiert und nicht so lineär. Die ist mehr assoziativ, das heißt, man springt von Gedanken. Das ist eigentlich schon eine künstlerische, die künstlerische Seite vom Gehirn ist schon die rechte Seite. Das würde sogar den Wissenschaftlern zustimmen. Und das gilt dann für Männer und Frauen aber gleich? Natürlich, wir haben beide zwei Emisphäre. Also es gibt ja keinen Mensch, der nur eine hat oder vielleicht. Ich glaube sogar, dass wenn man mit sieben oder unter sieben Jahren alt eine Gehirnhemisphäre verliert, dann wird es komposiert und man kann es trotzdem leben. Das heißt, es könnte funktionieren. Aber die meisten Menschen haben zwei Gehirnhemisphäre, die Männer, die Frauen, die LGBT, alle. Und die Frauen sind also dann auch lieber nachts, also die Jungen, die Mädchen, wie bei den Jungs, die würden auch besser? Das Ding ist, dass, okay, man weiß ja nicht genau, was passiert ist. Das ist ja lange her und wir haben keine Zeuge, der da in der prähistorischen Zeit gesessen hat und geguckt hat, wie die das machen. Aber es scheint, dass es eher die Männer waren, die die wahrer gehalten haben, als die Frauen. Aber die Menschen haben das auch, aber nicht so intensiv. Und es ist auch so, dass in den Schulen das Problem der Jugendlichen, die plötzlich ganz schlecht in der Schule werden, sie sind oft Jungs. Die Mädchen haben das deutlich weniger. Darum denke ich, aber es ist wirklich eine Vermutung, dass die Mädchen diese Rolle weniger nehmen müssten als die Jungs. Da müsste man natürlich einfach eine Nachtsichtbeobachtung machen, ob die Nachtsicht bei Frauen in dem Alter auch so besser ist als Frauen in ihrem gesamten Alter. Oder ist es nur bei den Jungs so extrem der Unterschied? Das müsste man dann verforschen. Was wäre denn, wenn 2114 gar kein künstlerisches Projekt, sondern Tatsache gewesen wäre? Es ist vielleicht sogar Tatsache. Ich meine, man muss gucken, dass der Univers ist unendlich. Und mittlerweile geht man davon aus, dass vielleicht die Realität, die wir haben, in ganz vielen verschiedenen Formen überall ist. Und ich mag, weil es ist einfach schön als Gedanke, zu glauben, dass die Zukunft, die entscheidet sich jede Sekunde. Und dass es eigentlich Milliarden von Versionen von Zukunft gibt, jede Sekunde, und dass es endlos ist, und dass jeder Mensch macht seine Realität. Und das heißt, deine Realität und meine Realität sind ja eh nicht die gleiche Realität. Also worauf du dich erinnert in einer Stunde, ist nicht das Gleiche wie ich, obwohl wir zusammen waren. Das heißt, wir leben tatsächlich irgendwie getrennt und gleichzeitig zusammen. Und es kann sein, dass diese eine Realität, die ich da erläutert habe, vor dem Braunburgator, die ist wahrscheinlich schon auch existent. Warum denn nicht? Also ich weiß es nicht. Ich spiele gerne mit solchen Gedanken, weil es einfach Spaß macht. Aber ich habe wirklich nicht diese, die Glaube, dass es so oder so ist. Ich sehe das eher so wie, man weiß es einfach nicht. Es gibt Mysterien, die man nicht einfach lüften kann. Und das Mysterium der Universum ist einfach nicht zu lösen. Bilbo, du bist also eine Mystikerin, so gesehen. Und wenn es doch keinen Unterschied macht, letztendlich, könnten wir einfach hier sein und nichts tun und es würde trotzdem das Richtige geschehen, wenn ja oder wenn nein. Nein, das stimmt nicht. Wie ist es für das? Also ich glaube schon, dass jeder entscheidet und ist Verantwortung für seine Zukunft. Also ich glaube nicht an Passivität. Es kommt mir einfach so von den anderen. Aber glaubst du, die Zukunft existiert schon oder wird gemacht? Nein, wir machen es ständig, aber vielleicht die Zeit ist ja so eine Schwingung, eine Kaugummi-Geschichte. Das heißt, es kann sein, dass die Zukunft, die mich erwartet, schon mal da war oder ich weiß es nicht. Es ist alles an der Uhr super und da muss man vielleicht gar nicht probieren, das zu wissen. Vielleicht ist das auch super unwichtig, das zu wissen. Es geht gerade, okay, jetzt lebe ich in diesem Spiel, also ich bin Experimentmensch gerade, okay? Ich liebe in diesem Experimentmensch und das sind so die Situationen, die sind so und so und dann gucke ich, aha, was würde mir gefallen? Was kann ich jetzt machen? Und wenn ich das machen kann, dann warum mache ich das nicht? Also mache ich das. Ist denn die Lage dann wirklich so ernst, wie sie gerade scheint? Also was den Planeten betrifft, ist die natürlich extrem ernst. Ich glaube, dass die Leute das sehr stark unterschätzen, wie ernst das ist. Das heißt, wir müssen wirklich etwas tun. Ja, ja, ja. Was würdest du empfehlen? Also erstmal beginnt man mit diesem Bewusstsein, dass es ernst ist. Dass man nicht der Schuldige suchen muss, die ganze Zeit. Dass wer schuld ist, ist gerade gar nicht Thema. Also guck mal, wenn ein Unfall ist, dann erstmal guckt man, wie man den Leuten da helfen kann und nicht, wer hat Schuld verursacht. Das macht die Polizei. Aber die Menschen, die da sind, die versuchen erstmal, und sogar die Polizei, die würde erstmal gucken, dass man den Leuten hilft, bevor sie sagt, allerdings ist der schuld oder er schuld. Er ist schuld, also dann helfe ich denen. Das macht man ja nicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese Faktesucherei, wer hat das was gemacht und sich damit beschäftigen, ist nur interessant, damit andere Menschen bewusst werden, dass es tatsächlich schlimm ist. Aber ab dem Moment, wo man kapiert hat, dass es schlimm ist, dann braucht man sich nicht mehr über die Schuldigen zu kümmern. Die sind ja auch Menschen, die haben auch ihre Geschichte, die sind auch nicht böse. Kein Mensch ist richtig böse, der hat seine Vergangenheit. Dann bist du Friedensaktivistin eigentlich, um den Leuten mal zu sagen, es ist schlimm, wir müssen was tun und dann wird es besser. Dass sie die Verantwortung übernehmen. Ob das besser wird, das weiß ich nicht, weil man kann es probieren. Also es wäre sinnvoll, es zu probieren. Es ist gerade so, dass es geht um, es geht nicht nur um uns Menschen, es geht um wahnsinnig viele Tiere, es geht um wilde Tiere, es geht um Bäume, es geht um Wälder, es geht um die Schönheit von diesem Planeten. Und es geht natürlich auch um Menschen, es geht um Menschen, die dann malträtiert werden, sterben, verhungern, Flüchtlinge, die behandelt werden für Dreck und 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 und. Also es geht wirklich um was, in aller Ebene und das finde ich eigentlich sehr, sehr egoistisch, da passiv zu bleiben. Und da denke ich mir, außer dann macht es Spaß, was zu verändern. Weil zum Beispiel, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, diese ganzen Nachrichten, die erschlagen mich, ich höre überall Negatives, überall, ich kann gar nicht mehr handeln. Und dann sage ich, okay, erstmal muss man vielleicht seinen Konsum ein bisschen im Griff halten, das heißt sagen, wie viel kann ich verkraften, ich habe das jetzt verstanden, stopp, mehr brauche ich jetzt nicht wissen. Das ist der erste Schritt und dann gibt es auch die Sache, dass wenn man anfängt, was zu tun, dann diese Unmacht wird weniger. Das heißt, man kriegt blöde Geschäfte und man weiß, ich bin aber am Machen, ich bin aber am Machen. Und Machen bedeutet, in sein persönliches Leben anzufangen. Das heißt, Depression ist eigentlich die Folge davon, dass man weiß, aber nichts tut. Depression ist etwas für mich, dass wir sind empfindliche Menschen und das Leid von den anderen Wesen auf dem Planeten, sei es die Menschen, die Tiere, die Bäume, keine Ahnung, alles. Dieses Leid ist ein Teil von uns und wenn die leiden, leiden wir ja auch und wenn wir nichts tun, dann wird der Leid so groß, dass man anfängt zu deprimieren. Zu dieser Geschichte wollte ich auch, Markus, mal was sagen, ist, dass im Moment kommen sehr viele Experimente, wo man, was weiß ich, zeigt, dass Kinder sich ein Essen teilen oder selbstverständlich Dinge eigentlich oder dass die Quantumphysik und Beweis, dass Elektronen A mit Elektronen B in Verbindung sind, am anderen Ende der Globus. Was eigentlich auch selbstverständlich ist, finde ich. Und mich wundert das sogar sehr, dass Menschen diese Experimente brauchen, um eigentlich zu kapieren, dass wir verbunden sind. Sind wir. Da braucht man nicht nur kurz die Augen zumachen und einfach in sich denken und dann weiß man doch, dass wir miteinander verbunden sind. Und nicht nur ich mit dir, sondern ich mit dem Baum irgendwo hin. Natürlich hat man gelernt, das zu abstrahieren und man kann damit leben, dass dieser Baum gerade geschlachtet wird, aber auf einer molekularen, elektronischen, energetischen Ebene bin ich doch irgendwie verbunden mit dem Baum, der gerade getötet wird, um irgendwelche Palmölplantage zu machen. Es scheint dich ein bisschen wahnsinnig zu machen, dass viele Menschen das noch nicht begreifen. Das ist wahnsinnig, aber gleichzeitig denke ich mir, okay, ich mag nicht die Schuld geben und sagen, die sind doof oder die sind weniger als ich, sind die nicht, die haben ein anderes Leben. Die sehen andere Dinge, die leben anders, die sind woanders. Und ich glaube, es macht keinen Sinn zu denken, ich spreche nur mit Menschen, die da sind, wo ich bin, weil es gibt Menschen, die vielleicht denken, ich wäre völlig irrer. Weißt du? Ja, mit Sicherheit. Garantiert, das gibt es sicher. Und deswegen, es geht nicht darum, dass man anfängt, sich Kategorien zu machen, der denkt so und der kennt den oder der bla bla bla, sondern wo bist du gerade? Die Leute holen da, wo die sind und mit denen sprechen, da wo die sind. Also Respekt einfach haben vor anderen Lebewesen und auch Respekt haben vor Menschen, die Böses tun. Das ist für mich zum Beispiel bei dieser ganzen Migrationsthematik, Flüchtlinge, Terrorismus und so weiter, ein extrem wichtiger Punkt. Es fängt da an, dass man anfängt, den Muslimen wieder zu respektieren, das ist der Moment und respektieren so sehr, dass man ihn respektiert in seinem Land, das heißt, aufhört ihn zu bombardieren, aufhört sich zu kümmern über seine Politik. Versteckt will man dort seine Ressourcen, aber diese ganze Geschichte, das muss echt offen, dass die Leute in Ruhe, natürlich will das unsere Regierung nicht machen, weil die natürlich die Ressourcen wollen, das ist so schwierig. Das heißt, es muss schon von uns kommen, dass man sagt, die Regierung, stopp, das wollen wir einfach nicht mehr. Das heißt, es muss schon der Typ sein, der auf den Knopf drücken muss für den Bund, der sagt, ich drücke nicht. Mach ich nicht, weil es sind Menschen und die Firmen auch Respekt verdient. Also erstmal in deren Ländern, dass man die in Ruhe lässt und dass man auch die Flüchtlinge oder die Migranten, die wir in jedem Länder haben, mit mehr Respekt behandelt und die respektvoll integriert, nicht zwingen, du musst jetzt so sein, wie wir sind, weil die sind nicht so wie wir. Das heißt, jede Kultur ist anders und diese Individualität, die muss man respektieren, aber da muss man die trotzdem integrieren im Sinn, dass sie lernen, unsere Kultur mit ihrer eigenen Kultur zu integrieren. Das heißt, mein Sohn ist ja dreisprachig, weil sein Vater ist Niederländer, ich bin Französin, der ist in Berlin geboren, der ist dreisprachig. Und ich stelle fest bei ihm, dass er tatsächlich drei Körpersprachen hat, drei Kulturen hat und wenn er die Sprache switcht, ist es ein anderer Mensch. Das heißt, er hat die drei Kulturen in einem Mensch zusammen. Wenn er in Frankreich ist, ist er Franzose, in Holland ist er Niederländer, in Deutschland ist er Deutsch. Wenn er zu mir spricht, ist es ein anderer Mensch, als wer zu seinem Deutsch spricht. Das sieht man einfach visuell. Die Sprache ändert sich, also die Stimme ändert sich, die Körpersprache ändert sich. Man kann ihn nicht auf eins reduzieren. Das heißt, ein Migrant, kannst du sagen, der muss jetzt deutsch werden. Das wird nicht passieren, aber der kann auch bikulturell werden. Und wenn er bikulturell ist, dann hat er zwei Identitäten, aber der hat zwei Identitäten. Jetzt tut man so, dass er weder die eine haben darf, noch die andere haben darf. Und da kommen Leute, die keine Wurzel haben dürfen und ihre Kinder können auch keine Wurzel haben. Und irgendwann sind das wirklich solche verlorene Seele, dass sie anfangen dann mit 18 mit einer Bombe am Körper und sagen, ja, dann machst du was richtig Gutes. Und dann kriegen sie so viel Liebe plötzlich. Du bist jetzt was Wertes. Jetzt machst du was richtig Wichtiges und dann lassen sie sich explodieren mit 18. Und letztlich schadet das eigentlich der Religion viel mehr, als dass sie nützt. Also ein Muslim, ich glaube zum Beispiel persönlich nicht, dass das wirklich Muslime sind, die das tun. Es hat mit Religion nichts zu tun. Nein, das freue ich mich auch. Der Religion ist nur der Werkzeug der Manipulation. Diese Kinder, die werden ausgenutzt. Ich nenne dich richtig bewusst Kinder. Diese Terroristen sind Kinder. Und die werden ausgenutzt und man nützt die Waffe, Religion, damit sie dann mitspielen. Das ist so wie Scientology. Es ist das Gleiche. Genau. Und was ist letztlich das Ziel? Jetzt geschieht das alles plötzlich vor der eigenen Türe. Was wird damit beabsichtigt für Europa? Also, okay, ich möchte gerne mal was dazu sagen, weil ich mache mich richtig schönen Gedanken. Wir sind jetzt gerade ein paar Tage nach den Anschlägen in Paris und ich bin selber aus Paris. Das heißt, es geht jetzt gerade um meine Familie. Es geht um meine Nächte, um meine Neffen. Natürlich wird versucht, das Feindbild Muslim zu vergrößern. Das ist natürlich die Botschaft. Und darum, es ist natürlich so, dass es nicht der Muslim, der will, dass der Feindbild Muslim größer wird. Das ist noch keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Also das geht ihm so vor und möchte nicht, dass man ihn noch mehr hasst, als er schon gehasst wird. Darum ist er natürlich ein Opfer. Der Terrorist ist ein Opfer. Weil im Grunde tut er mehr Hass gegen sich selbst. Das bedeutet, andere Leute sind daran interessiert, dass wir den Muslim hassen. Warum? Damit überhaupt geopolitische Interessen kommen, Ressourcen und so weiter. Da kann man sich bei Kanälen angucken, die sich damit beschäftigen. Das gibt es ja genug. Das heißt, wir werden einfach gegeneinander ausgespielt, damit die dahinter profitieren können. Genau, genau. Nun, es ist so, dass das, was für mich gerade ein super großes Problem ist, ist, dass der Unterschied zu einem Attentat, der in Beirut stattfindet oder in Paris, Beirut war ein Attentat am Tag davor, wird sehr, sehr komisch interpretiert in den sozialen Plattformen wie Facebook. Und das hat mich sehr irritiert, dass zum Beispiel die Pariser, die haben oder die Leute, die dann mit Paris eine Verbindung hat oder mit Frankreich, haben ihre Profilbild mit Blau, Weiß, Rot geändert. Es war ein Attent von Facebook. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich Flagge nicht ertragen kann. Aber gut, die Leute, die das gemacht haben, die haben es gemacht, weil sie absolut machtlos waren an dem Moment. Die wüssten nicht, wie sie damit umgehen. Das war für mich echt zu dicke gerade, dass es im Land passiert. Es ist anders, wenn es im Land passiert, als wenn es im Libanon passiert. Es ist für uns als Berliner, Wiener, Syriker, also ich weiß nicht, es ist auf alle Fälle, Schweizer, das ist ein bisschen anders, aber für die Berliner oder für die Pariser, wenn es in Paris passiert, weiß man, es wird auch in Berlin passieren. Das heißt, es ist indoors. Es geht jetzt um meine eigene Familie, Freunde, Umgang. Und es ist ja ziemlich logisch, dass man sich erst mal mehr betroffen fühlt. Ich bin auch mehr betroffen, wenn die Katze von meiner Nachbarin stirbt und mehr als wenn die Katze von irgendjemandem in Charlottenburg stirbt, den ich nicht kenne. Das ist doch eigentlich völlig natürlich. Aber das Problem ist, dass in diesen sozialen Medien wird gesagt, ja, ihr spricht nur über die Attentate in Paris, aber in Beirut war ja auch ein Attentat und darüber sagt da jetzt gerade niemand und wir sollten auch diese Flagge auf die Gesichter stellen und dann müssen wir nicht die Flagge von allen Ländern tun, weil überall auf der Welt sind Trauer und Attacke. Das stimmt, das stimmt, aber es geht gerade darum, dass die Leute versuchen, sich solidarisch zu unterstützen in einem Moment, den den betrifft direkt. Also es geht darum, dass im Moment in Paris die Jugendlichen treffen sich nicht mit, ça va, wie geht es dir? Sondern, ça va, hast du jemanden verloren? Das ist ein Riesenunterschied gerade. Die Jugendlichen treffen sich wie, hast du jemanden verloren? Und die Leute drumherum, die wissen, kannst du dich erinnern von der Frau sowieso? Ja, Tochter, war leider dabei. Darum geht es im Moment. Und in diesem Moment finde ich das nur normal, dass Leute ihr Profilpick werden. Sorry. Also du bist direkt betroffen und die andere Seite kann natürlich auch sagen, dass viele Menschen glauben, wenn sie das Profilbild ändern, dann haben sie etwas getan. Auch wenn es sinnlos ist. An dem Moment haben sie es probiert und sie haben auch etwas gemacht. Das ist für die Franzosen gerade, diese Profilbilder. Wie gesagt, ich mache nicht mit, weil ich sowas nicht mache und ich sehe auch schon die Manipulation, die da entsteht durch Angstschüren und so weiter, ich sehe das. Aber ich sehe auch, dass die Leute versuchen, Empathie zu zeigen und zu sagen, wir sind da, wir verstehen dich, wir verstehen, was passiert. Und es ist natürlich so, warum hast du es nicht verstanden mit den Leuten in Libanon, ja, Mann, Gott, ich kenne niemanden in Libanon. Ich kenne keine Sau, ich war nie dort. Aber ich bin in Paris aufgewachsen. Und meine Neffen und meine Nichten und meine Eltern und meine Geschwister, die wohnen alle da. Und ich habe einen großen Teil meines Lebens da gelebt. Das ist anders, sorry, bin ich egoistisch? Nein, da habe ich Pech gehabt, ich bin egoistisch. An dem Moment betrifft mich das mehr. Es betrifft mich mehr, weil ich auch weiß, dass es jetzt vor die Tür steht. Ich weiß, dass es Krieg heißt, wir sind jetzt im Krieg. Und das betrifft mich schon mehr, als wenn der Krieg woanders passiert. Sorry, das ist politisch nicht korrekt, aber ich kann es nicht ändern. Hier muss keiner korrekt sein, aber echt und wahr. Und das bist du gerade. Was mir auffällt, ist, vielleicht dient das letztendlich zum Positiven, weil wenn das die Herzen endlich auch hier in Europa zum Aufbrechen bringt, geschieht die Realisation viel schneller. Genau, das Positive natürlich an dieser Kritik mit den Flaggen, und das sehe ich natürlich auch, ist, dass die Leute haben sich damit beschäftigt, dass es wirklich überall Gewalt ist. Ich fand das teilweise richtig gemein, weil es gab, die Franzosen haben als Kolonialisten so viele tausende Leute und da in Syrien so viele. Ich sage, ey, lass mich in Ruhe damit, okay? Wir wissen, wir sind alle blutige Hände auf diesem Planeten, also entspann dich. Also nicht alle, aber die meisten von uns. Und deswegen reicht es. Aber trotzdem, was ich interessant fand, ist, dass durch diese Kritik, dann viele Leute sagten, ja, da ist euer Leid und da ist euer Leid und das Erdenschmerz überall und wir müssen was tun. Das fand ich das positive Aspekt. Nun, was ich heftig fand, ist, dass man müsste schon ein bisschen die Zeit lassen an den Müttern, die gerade ihre Kinder verloren haben und dennoch akzeptieren, dulden diese Machtlosigkeit von den Leuten, dulden, dass sie hilflos sind und irgendwie zeigen wollen, deren Empathie. Das muss doch geduldet werden, dass man machtlos ist und nicht weiß, wie man helfen kann. Das wird ja gerade kritisiert und das hasse ich. Und ich werde jetzt was supergemeines sagen, okay? Es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, pass auf, wie wäre es, wenn es in Berlin wäre und die Deutschen würden diesen Flaggen, schwarz, gold, rot, auf ihren Gesichtern tun. Würden sie es tun? Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen, weil es wird natürlich passieren. Und da habe ich gedacht, aha, okay, ich weiß, dass sie sich verbessert haben durch Fußball und so weiter, obwohl ich finde es Flaggenweg, du weißt, grässlich, wir müssen es ein bisschen alle abschaffen, aber gut, es geht gerade um nationales Bewusstsein, nicht im negativen Sinn, sondern in Zugehörigkeit sind, dass wir solidarisch sind in dem Ort, wo wir leben. Und dann ist es egal, ich tue mich auch dazu, ich bin ja auch Berliner. Ja klar. Berliner, also ich wohne da am Ort. Und da habe ich mir gedacht, geht es gerade um Neid, dass die Franzosen sich trauen, sich eine blau-weiß-rote Flagge auf dem Gesicht zu stampeln? Geht es um Neid, weil die Deutschen das nicht machen würden, weil sie das noch nicht schaffen? Und deswegen ist dann diese, ja, aber die Franzosen haben das gemacht und das gemacht und das gemacht und das ist Doppelmoral und das sollen sie nicht tun und so weiter. Diese Frage hatte ich, es ist eine ganz gemeine Frage, aber die hatte ich schon. Ja, letztendlich wird die Zeit zeigen, dass die, die verurteilen, wenn sie in derselben Situation sind, trotzdem genau gleich reagieren. Oder sich nicht trauen und leiden. Dass sie das nicht trauen. Das heißt, es ist wichtig, in einem Moment des Verlusts, seine Anteilnahme zu zeigen. Es ist einfach wichtig. Wenn jemand in deinem Umfeld sagt, meine Tochter ist gestorben, dann gehst du hin und sprich mit der Person. Es ist einfach schade, dass es so harte Methoden braucht, um das Mitgefühl der Menschen wieder zu wecken. Ja. Die Grenzen müssen fallen, werden auch fallen, aber es müsste nicht auf diese Art und Weise sein, wenn wir mehr mit der rechten Gehirnhälfte unterwegs wären. Und das, was mich irritiert, ist immer diese Schuldsucherei. Und die Schuldsucherei und diese Kritik und diese, der macht es nicht richtig, der ist Politik. Deswegen sage ich immer, ich bin Politik nicht korrekt. Das ist für mich ein Statement. Ich werde politisch nicht korrekt sein. Niemals. Weil es ist schon wieder so ein Diktat, wenn ich komplett ablehne. Weil dann ist immer, ist es gerade, darf ich jetzt gerade, bin ich jetzt noch politisch, darf ich das sagen? Sag ich, fuck you. Einen Dreck muss ich. Ich mache, was ich will. Ich denke, was ich will. Und ich sage, es gefällt dir nicht, Pech gehabt, dann geh mal jemand anderen hören. Ist mir doch egal. Aber ich versuche mindestens etwas zu sagen, was ich empfinde. Und was ich für meine eigene Authentizität als real sage, ich sage es nicht, weil es gut ist oder schlecht ist, ich sage es, weil ich es empfinde. Genau. Und dann muss nicht jeder gefallen. Das ist doch noch nicht mein Anlass, Leute zu gefallen oder so. Das kann ich ja eh nicht. Ja, du willst dir die Leute auch nicht überzeugen, dass sie das denken, was du denkst. Aber du willst dir rausnehmen, deine Meinung zu sagen, wie du es fühlst. Das heißt, ich habe natürlich schon einen Appell an den Leuten. Und der Appell wäre, echt, zeig mehr Toleranz. Zeig mehr Toleranz und suche nicht immer die Schuld und suche nicht immer die negative Kritik. Und guck mal, ich meine, das ist ja auch selber negative Kritik, das ist ja auch witzig. Aber deswegen könnte ich auch sagen, okay, das kann ich ja nicht sagen. Also es ist ein Appell auch an mir, dass ich dann auch natürlich entspannt bin mit den Leuten, die solche Kritik machen. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich niemand gesagt habe, komm, warum sagst du so einen Unsinn. Ich habe irgendwann auf den Modus Stille reduziert, wo ich dachte, manchmal ist nicht sagen das Beste, weil es ist gerade so ein absurder Kampf, wer ist gerade der bessere Gutmensch. Und wir sind in einer Situation, die wir nicht gut kennen. Also solche direkten Anschläge indoors kennen wir noch nicht. Vor allem, es ist gerichtet worden an Jugendliche, an junge Menschen, Leute, die ausgehen, an Fröhlichkeit ist das ausgegangen. Und das tut natürlich weh. Und für mich, die schönsten Reaktionen, die ich gesehen habe, sind die Reaktionen von den Jugendlichen, die dann gepostet haben und sagen, wir wollen weiter feiern. Sie wollen uns haben, dass wir keine Party mehr machen, aber da haben wir verdammt viel Übung. Wir feiern weiter. Das fand ich die guten Botschaften. Das heißt, die Kids, die sagen, wir feiern weiter. Die Straßen gehören uns weiter. Wir lassen uns keine Angst machen. Wir lassen uns keine Angst machen. Die schlimmsten Reaktionen waren natürlich die Politiker. Jetzt müssen wir ohne Mitleid uns rächen. Das ist fast der Kriegspanik. Die große Gefahr ist ja jetzt, dass das Militär übernimmt. Und das ist ja genau das Ziel. Und da sind die Menschen gefragt, nicht gehorsam zu sein. Das bedeutet, im Moment ist es doch so, dass die Menschen Krieg nicht mehr wollen. Die Menschen wollen gerade keinen Krieg mehr. Die wollen sich nicht rächen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, in zehn Jahren sich investiert in die Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten. Sehr gut möglich. Also so als Bearbeitung. Jetzt nicht. Jetzt ist sie in der Trauer. Jetzt wird Widerstand zur Pflicht. Genau. Und ich glaube, dass in dem Moment ist Widerstand zur Pflicht, wie du sagst. Das heißt, es geht um ungehorsam sein. Es geht darum zu sagen, ich unterstütze Krieg nicht. Und das könnte auch so weiter sagen, dass ich bezahle keine Steuer, solange ich nicht weiß, wo meine Steuern hingehen. Das heißt, ich bezahle Steuern für Gesundheitswesen, dies und das, für Krieg nicht. Das wäre natürlich eine sehr schöne Geschichte, dass Leute sagen, ich möchte gerne eine Liste haben, wie viele Prozente, wo hingehen. Und die Prozente, die dahin gehen, die bezahle ich nicht. Oder ich bezahle sie nur, wenn mir versprochen wird, dass sie dahin oder dahin gehen. Idealerweise sollte man eigentlich sagen, ich will 20 Prozent da, 30 Prozent da und das je mehr anscheinend. Aber gut. Aber zuerst müssen wir 90 Prozent der Regierung auswechseln. Ja, wir müssen einfach die Regierung abschaffen, dann haben wir das Problem gar nicht. Aber gut. Das heißt, im Moment geht es darum, dass die Leute sagen, ich fahre jetzt nicht den Flieger dahin, ich drücke nicht auf die Knöpfe, die dann Bomben machen, egal ob ich weit weg in einem Rahmenstand bin und das geht nicht direkt mit, ich drücke nicht auf die Knöpfe. Ich gehe einfach nicht hin. Ich lasse den Job, ich verlasse den Job, ich tue etwas anderes. Dass die Leute dann wirklich nicht mitmachen, was die Regierungen wollen, weil die Regierungen treiben uns in der Krieg, die jetzt schon angefangen hat. Aber was sagst du den Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, das stimmt, also Bilbo hat da komplett recht, aber wenn ich das tue, verliere ich meinen Job, verliere ich mein Einkommen, komme ich vielleicht sogar ins Gefängnis. Was sollen sie tun? Ja, natürlich ist es ein Problem, aber wenn man ein Problem erkannt hat, findet man auch eine Lösung, okay? Ich glaube, dass diese Illusion, dass man in einem System gefangen ist und dass man nicht davon rausgehen kann, ist wirklich nur eine Illusion. Man kreiert seine Geschichte und seine Gegenwart und man kreiert auch seine Zukunft. Das heißt, man kann, egal in welchen Posten, vor allem in Europa, ich spreche nicht von Ländern, wo es wirklich so hart ist mit Armut, dass man wirklich sich als Mädchen einfach daran prostituieren muss, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Wir sind nicht in solchen Graden. Wir sind in westlichen Gesellschaften, wo ein Job kündigen heißt nicht, unter die Brücke zu schlafen. Aber es wäre vielleicht für den Einzelnen einfacher. Man würde ein Movement erreichen, wo gleichzeitig ganz viele Menschen dasselbe tun, weil alle kann man ja nicht einsperren. Ja, 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 klar. Natürlich, aber das Problem ist sowas. Natürlich muss man schon dahin gehen, dass man mit seinen Nachbarn spricht, mit seinen Kollegen spricht, mit anderen spricht und versucht, das gleichzeitig zu machen. Wenn dann ganz, ganz viele das tun, dann kann man nicht alle in den Knast stecken, ist klar. Aber man muss nicht warten, dass alle es tun. Man muss nicht sagen, das mache ich erst, wenn alle es tun. Das heißt, die Pioniere werden jetzt gefragt, die mutigen Menschen werden jetzt gefragt. Die müssen anfangen. Also alle die, die zu Hause jetzt sitzen und von dir inspiriert sind und denken, die hat Recht, das sollten wir wirklich tun, die sollen es jetzt auch tun. Egal, ob es der Nachbar tut oder nicht. Das Risiko nehmen, weil die werden sicher durch deutsche Erfahrungen, die ein Leben vielleicht revolutionieren, dann entstehen neue Bekanntschaften. Dann trifft man Leute, die man früher nie gekannt hat, weil man ist raus auf seine Komfortzone und dann spricht man da und denkt, ja, ich mache das auch so. Ich bezahle jetzt nicht mehr dieses Ding, weil ich das in unsinnig finde. Also bei uns, die GZ zum Beispiel. Ich bezahle ich auch nicht, aber auch keine Ahnung, was damit passiert. Die Briefe stapeln sich. Aber ich merke, wenn ich mich damit beschäftigen werde, wenn ich auch andere Gleichgesinnte finde, die das auch tun, dann kann man gucken, wie man das hier anbietigselt. Gut, erstmal habe ich keine Ahnung. Aber das ist das Gleiche, wenn man anfängt zu sagen, ich drücke nicht auf den Knopf und verlasse diesen Job, dann treffe ich vielleicht ein anderer Militär, der auch gesagt hat, das mache ich jetzt nicht mit und sein Leben wird sich auch verändern und dann können sich gegenseitig unterstützen. Ich habe nämlich auch einmal so ein Mail bekommen von einem Soldaten, den ich kannte, wo ich früher unterrichtet habe bei der Armee. Also niemand ist perfekt. Und der hat mir gesagt, ja, es hat ihn inspiriert, die Zeit, wo ich da war und er hat gekündigt. Und er schrieb mir so ein paar Jahre später, weil ich habe dort Filmschnitt unterrichtet und habe dann mit Blumen gearbeitet und oft mit Topics, wo ich wüsste, das geht dann wirklich an den Grenzen. Aber wo ich dachte, na ja, wenn wir eh einen Film machen müssen, warum nicht sich beschäftigen mit solchen Sachen? Das ist doch mein guter Recht, ich bin doch ja die Dozentin, oder wie ich will. Ja klar. Und da habe ich dann extra Themen gewählt, wo ich wüsste, dass ich dann ein bisschen so an der Gurgel gehe, ganz leicht. Aber die waren sehr oft bereit, dazu zu reden, auch wenn in diesem Mail sagt er, er hatte mich in der Zeit nicht verstanden. Aber das blieb in seinem Hinterkopf, er hatte mich zwar nicht verstanden, aber irgendwann kamen ihm diese Wörter zurück und dann hat er einfach gekündigt. Das bedeutet, ich glaube, dass manchmal, es ist so, wie jemand dich kritisiert und du rebellierst. Ich bin so. Wenn du mich an negative Kritik, werde ich erstmal rebellieren, ziemlich garantiert, okay? Ich mag eher positive Kritik, mach so und negative Kritik, mach nicht so, das ist bei mir nicht gut. Aber manchmal, wenn die negative Kritik ankommt, oder die ist so gepeilt, dass es eher neutral ist, werde ich trotzdem rebellieren, aus Prinzip, weil ich da in einem Pfad bin und du will mich vom Kurs wegbringen, das nervt nicht, aber sehr wahrscheinlich danach, also anders ausgedrückt, wenn du mich an eine positive Kritik machst, kann es sogar sein, dass ich rebelliere. Okay? Woher kenne ich das bloß? Und dann blääh, 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 so. Und dann gehe ich nach Hause, um zu überlegen, der positiven Kritik und denke, das ist schon interessant und so. Und das ist sehr wahrscheinlich, wenn die Kritik für mich doch angeschlagen hat, dass ich das irgendwie berücksichtige und etwas verändere. Ob ich dir das bedanke dazu, ist nicht gesagt. Ich bedanke dir vielleicht in einem Jahr, okay, für die Unterstützung. Ich kenne das sehr gut, also aus Prinzip lässt man sich mal nichts sagen, selbst wenn man schon dann weiß, der hat eigentlich recht, aber es ist ja auch nicht wichtig, man nimmt es mit. Ja. Und du wirkst ja eigentlich wie eine Bäuerin, die ihre Samen überall hinschmeißt und sich kräftig reindrückt. Und dann mal gucken. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Manche Samen werden dann aufgehen, manche nicht. Wenn einer aufgeht, ist es sowieso schon mal so ein gewisser Erfolg, also Erfolg nicht im Sinn von was sie erreicht haben, sondern von was Positives für sich. Und das ist genau das Wichtige, was ich verstanden habe vorhin von dir, wenn da draußen jeder Einzelne auch nur einen Samen setzt, haben wir am Schluss einen Wald. Wahnsinn. Und den kann man nicht ignorieren. Und das kann man auch übersetzen, man könnte auch tatsächlich Samen anfangen zu werfen in der Stadt. Verstehst du? Ja, überall Blumen. Überall. Blumen, Salat, Gurken, Zucchini, da haben sie einfach wachsen. Also gut, wir haben jetzt diese Idee gerade gemeinsam geboren, in diesem Brainstorming, sage ich mal, in diesem Austausch. Ich glaube sogar, das schon mal gehört zu haben, dass es das irgendwo schon mal gegeben hat. Also in Göttingen, in Deutschland, haben sie vor drei Jahren, glaube ich, oder zwei Jahre, überall harmsamen. Das finde ich ganz gut. Fand ich großartige Reaktionen. Finde ich ganz gut. Ja. Finde ich ganz gut. Aber nicht die von Monsanto. Nee, 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 nee. Richtig schöne. Aber jetzt machen wir doch einen Aufruf. An alle Leute da zu Hause, irgendwo sie jetzt gerade sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt und vor allem auch Bilbo und ihre Aktion Frieden auf der Welt. Das ist auch das zentrale Thema von Free Spirit TV. Schau. Bewusste Teleinformation von und für bewusste Menschen. Lasst uns doch mal was demonstrieren. Wie wäre es, wenn wir alle da draußen, wo du wohnst, in der Umgebung, in der Stadt, wo du bist, einfach im Frühling massenhaft Blumensamen überall auf jedes Stück Wiese einfach mal sehen und schauen, was dann passiert, ob die Menschen da draußen dieses Zeichen dann wahrnehmen und vor allem die da oben in der Politik. Also ganz wichtig ist das, also Blumen, sollen Blumen sein, die für Binnen gut sind, weil wir die Binnen gerade brauchen, also wenn Blumen, also die Aktion ist fantastisch, aber lass uns mal zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, obwohl ich Fliegen nicht gerne erschlage. Es ist nicht schön, aber ich weiß, was du meinst. Das heißt, Binnenfreundliche Pflanzen, also Pflanzen, da gibt es auch Kräuter, das Blumen sehr gerne haben, Rosmarin und solche Pflanzen, Lavender und so, und unbedingt Pflanzen, die man essen kann. Also einen gewissen Weg in der Autarzie dabei auch zeigen. Das heißt, Salat, Kräuter, Gewürze und Blumen. Ja, und Bäume, Apfelbläume, Aprikosenbäume, alles Mögliche, alles was wachsen kann in unseren Graden. Einfach pflanzen, 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 das in jedem Interhof, in jedem Kreisverkehr, in jeder komische Allee, da zwischen den Bäumen wachsen Dinge, die Leute essen können, dass die Obdachlosen auch Essen haben. Einfach direkt da. Was hindert uns daran? Das würde da wachsen. Also wir haben eigentlich, wir könnten auch in Großstädten schon so viel machen, dass wir zumindest den Bedarf von den Obdachlosen decken. Das gefällt mir. Ja. Ich bin dabei. Gut. Das nennt man Guerilla Gardening. Genau, das machen wir. Ja. Wir werden Guerilla Gardener, nebenberuflich. Genau. Und das kann man auch aus dem Auto machen, aus dem Fahrrad, überall. Ich bin gespannt, wie dann in YouTube und Facebook die Leute ihre Fotos teilen mit ihren Bäumen, mit ihren Salaten, mit ihren Blumen, die sie anderen schenken. Das wäre natürlich sehr schön, dass jemand so einen kleinen Blog macht und diese Fotos irgendwie publiziert, um andere anzuregen, das zu machen. Weil da steckt unglaublich viel Macht dabei. Also es geht wirklich um Essen und es wird versucht, uns an unser Essen heranzugehen. Es wird versucht, an unser Wasser heranzugehen. Es wird versucht, an unsere Lebensräume, an unseren Grund... Na ja, vergiftet wird ja schon alles. Genau. Und deswegen, es ist wirklich wichtig zu zeigen, da können wir auch direkt etwas tun. Und das sind so ganz einfache Schritte, die man da machen kann. Die Revolutionäre sind wie Unkraut. Man kriegt sie nicht weg. Wir sind überall und wir kommen immer wieder. Ah ja. Selbst aus der kleinsten Ritze. Ein kleiner Samen sprengt jede Mauer. Es gibt keine schlechten Kräuter. Genau. Genau. So, jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen das Thema wechseln, weil du hast so viele spannende Bereiche und ein zweiter Bereich, der mich extrem interessiert, ist diese Asymmetrophobie. Dazu hast du ja hier ein fantastisches Buch gemacht. Das finde ich schon eh cool, wenn das steht zum Beispiel. Ich muss das mal kurz zeigen. Da steht Public. Aber es ist doch Private. Also das ist schon mal die erste Asymmetrie eigentlich, wo man denken muss, ist es jetzt public, öffentlich oder ist es privat? Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Werk. Okay, also erstmal das Wort Asymmetrophobie heißt Angst vor der Asymmetrie. Aha. Spannend. Angst vor der Asymmetrie. Angst vor der Asymmetrie. Das muss man sich eigentlich über den Kopf kurz machen. Nicht Angst vor der Symmetrie, sondern Angst vor der Asymmetrie. Also die lieben Roboter. Die lieben die Roboter. Die, die Angst haben vor Asymmetrie, die lieben alles, was symmetrisch ist. Genau, genau. Die linke Hirnhefe. Die Konformität. Ja. Das zu machen. Und natürlich in diesem Buch, alles was wir sehen, ist symmetrisch. Also jedes Gesicht ist hier symmetrisch. Das heißt, es ist so ein Hoch an der Symmetrie dieses Buch, ein Hoch-asymmetrophobisches Buch, sozusagen. Oh, oh. Jetzt wird es aber hochintellektuell. Nein. Das, das, die Schlüssel von diesem Buch ist, dass es ist, jeder Mensch hat zwei Gesichthefter, so wie er hat zwei Gehirnhemissphäre, so ganz schnell. Rechte Gehirnhemissphäre, wir haben auch davor oft gesprochen, also wir wissen, das ist der Künstler in uns und der linke Gehirnhemissphäre, das ist der mathematischen Freak und das ist eigentlich unsere Gesellschaft. Das ist auch das Geld. Genau. Das bist also du, die Genetikerin und die Künstlerin. Genau. Und das haben wir auch alle Menschen so verteilt, einer mehr als die andere, je nach dem Mann Mensch. Da die Motorik von den Gesichtern gekreuzt ist durch die Gehirne, das heißt, die linke Gehirnhemissphäre bewegt die rechte Seite von meinem Gesicht und umgekehrt, könnte man sagen, sage ich als Künstlerin, dass der Ausdruck von meiner rechten Gesichtshefter ist der Ausdruck von meiner linken Gehirnhemissphäre. Okay? Das wäre zumindest logisch. Ja. Es ist natürlich so, dass die Augen, also manche Ecke werden auch von beiden bewegen, bla bla bla. Nasenflügel zum Beispiel. Ja, Nasenflügel und so. Das ist okay. Aber im Groben und Ganzen, das ist schon ein Ausdruck von der Linke. Gut. Dann habe ich da die Leute symmetrisiert. Nur eine Zwischenfrage, wenn ich jetzt zum Beispiel lache, dominiert dann die eine Hälfte die andere oder lachen beide? Meistens ist es so, dass die linke Seite lächelt länger. Die Emotionen bleiben länger auf dem Gesicht haften als die rechte Seite. Natürlich nicht mit diesen Fake-Lächern, die man nicht, aber die ersten, die emotionellen Lächern sind natürlich stärker auf der linken Seite vom Gesicht bzw. im rechten Gehirnhemissphäre und haften länger. Ja, du spürst es gerade, wenn ich es so probiere. Ja, ja, klar. Es ist eine ganz natürliche Sache. Es zieht da weniger schnell runter. Ja. Also, damit man das sehen kann, wie eine rechte Seite vom Gesicht oder eine linke Seite vom Gesicht aussieht, muss man die doppelt und zusammenführen in ein Mensch. Wenn man es nicht tut, sind wir einfach nicht in der Lage, die Unterschiede wirklich zu sehen. Das schaffen wir einfach nicht. Und wie hast du das gemacht? Ich habe dann pro Person ein Foto gemacht und dann die linke Seite dupliziert, gespiegelt, zusammengeführt in ein Mensch und das Gleiche für die andere. Diese Menschen, die da entstehen, nenne ich Chimären. Chimären sind Fabelwesen. Mir war sehr, sehr wichtig, dass jeder Fabelwesen so aussieht, als wäre es ein Mensch. Das heißt, dass man nicht sieht, dass es manipuliert ist. Das war mir sehr wichtig und deswegen steckt extrem viel Arbeit da drin. Und wir werden auch ein paar ganz tolle Bilder einblenden, dass man das wirklich sehen kann zu Hause. Das sieht also aus wie echt. Ja, das war für mich ganz wichtig, dass es echt aussieht, obwohl ich die Klamotten nicht manipuliert habe. Das heißt, im Grunde, es sieht echt, obwohl ganz deutlich kann man sehen, dass es nicht echt ist. Und du hast aber auch Mischungen gemacht zwischen Männern und Frauen? Nein, nein, nein. Nicht in diesem Buch. Nicht in dieser Arbeit. Das war ein anderes Projekt. In eine andere Arbeit. Ah, okay. Und es sind natürlich auch andere Künstler, die das gemacht haben. Da sage ich ganz, trotzdem meine Arbeit ist besser, was die Qualität angeht. Ich habe auch extrem viel da gearbeitet. Aber mir war es nicht nur interessant zu sagen, es ist anders, sondern ich wollte sehen, was verbinden die rechten Gesichter und was verbinden die linken Gesichter. Und ich werde jetzt nicht über die Linkshänder reden. Die, die über Linkshänder was wissen wollen, die sollen das Buch einfach kaufen. Allerdings, mein Sohn ist Linkshänder. Ist das schon grundsätzlich ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja. Ja. Und die Seite, die sieht immer ein bisschen so wie Botox. Es gibt keine Emotionen. Das ist sehr kühl. Und oft sehr ästhetisch. Also oft deutlich ästhetischer als die linke Seite im ersten Anblick. Und das ist die Reflexion von unserer Gesellschaft. Das ist der funktionierende Mensch. Der Mensch, der seine Steuer bezahlt, der einen Job hat, der funktioniert. Die linke Seite vom Gesicht, das ist die emotionelle Seite. Und diese Seite, das ist so wie, das geht in alle Rechnungen. Da sieht man Kindheit, da sieht man Traumas, da sieht man Freude, da sieht man Wut. Da sieht man alle möglichen Emotionen, hochemotionell. Und der ist viel weiblicher vom Eindruck als der rechten Seite vom Gesicht. Und deswegen habe ich gesagt, bei Asymmetrophobie, im Publik-Privat nicht mehr. Bei Asymmetrophobie habe ich immer genannt, der männliche Seite und der weibliche Seite. Das heißt, ich habe immer gesagt, die linke Seite vom Gehirnhemisphäre ist der männliche und der rechte Seite vom Gehirnhemisphäre ist der weibliche. Das heißt, hier... Aber im Gesicht ist umgekehrt. Genau. Das heißt, meine linke Seite ist jetzt die männliche und meine rechte ist die weibliche. Und das ist bei vielen Bildern sehr, sehr auffällig, dieser Unterschied. Ich habe mir diesen Begriff oft gehört, weil viel zu viele Leute sagten, ja, aber das ist doch so sexistisch und so weiter. Und ich hatte eigentlich nicht, weil wir beides haben. Aber ich wollte den Ärger sparen und habe gesagt, weglassen. Und deswegen habe ich jetzt Publik-Privat. Und der Grund von Publik-Privat hat auch noch eine andere Bedeutung. Es ist so folgendes. Wenn ich dich anschaue, ich schaue dich nicht mit einem Lineal und misse nicht die Punkte zwischen deinen Augen und deine Länge von der Nase, um zu wissen, wer du bist. Ja, du nimmst mich gesamt. Ich nehme mich gesamt. Es ist eine intuitive Gesichtserkennung. Und wir haben zwei visuellen Zentrums hinten im Gehirn. Und die Erkennung von Gesichtern geschieht natürlich in der rechten Gehirn-Hemisphäre. Weil der nämlich nicht mit einem Lineal herangeht, sondern einfach nur spontan, intuitiv. Okay? Das bedeutet, dass ich mit meinem visuellen Zentrum auf die rechte Seite schaue, mit meinen beiden Augen, dieses Feld. Und dieses Feld ist deine rechte Gesichtsseite bzw. dein Ego. Das ist das, was ich will, dass die anderen von mir sehen. Das ist das Publige. Ja. Das bedeutet auch, dass ich mit meiner emotionellen Gehirnseite stoße an dein Ego. Ja. Das erklärt, warum Leute sich blöd anlächeln, wenn sie sich treffen. Weil ich stoße erstmal an die unemotionelle Seite von dir. Was dann schon ein Schock ist, weil er ist Botox, wie gesagt. Ja, klar. Wenn du aber in einem Gespräch mit jemandem weiterkommst und mehr Zeit mit der Person verbringst, ich weiß noch, ob du das kennst, dass man manchmal das Gefühl hat, du sprichst lange mit deinem Freund und plötzlich sieht der ganz anders aus. Transfiguration nennen wir das. Plötzlich sieht der anders aus. Und weißt du, was passiert ist? Du hast angefangen, die linke Seite anzuschauen. Und die hat dann irgendwann übernommen. Ja. Und da steckt die Liebe. Ja. Das heißt, dass Verliebtheit geschieht, wenn man anfängt, sich auf die linke Seite von den Menschen zu konzentrieren. Man kann es hervorragend benutzen im Streit, wenn man dafür noch die Ruhe hat, ist, dass man anfängt, die linke Seite von der Person anzuschauen. Da plötzlich sieht man den Menschen. Ich sehe doch, das ist ja gerade bei dir sehr extrem. Also schon so kann ich dann, wenn ich mich auf deine, weil normalerweise schauen wir immer die Seite zuerst. Okay? Weil es ist ja die Erkennung automatisch. Genau. Wenn ich aber jetzt shifte, wir können auch beide zusammen shiften, wenn du willst. Ja, ich habe schon geschifftet. Du bist ganz anders. Ja klar. Wenn ich jetzt shifte, dann sehe ich nicht mehr den Mensch, der jetzt gerade präsentiert, sondern ich sehe plötzlich echt light, aber auch so diese leichten Lächeln und mehr Falten und diese dünnen und fast wie die Brillanz von den Augen wird anders. Da sehe ich den Mensch. Und ich sehe bei dir die Mutter. Ja. Also das ist ja das Interessante. Du bist ja ganz sanft. Du bist ja gar nicht so, wie du tust. Ja. Weil wir gucken immer die Seite. Wir gucken die männliche Seite. Wir gucken immer die männliche Seite. Das ist doch verrückt. Wir müssen lernen, wieder die weibliche Seite anzuschauen. Das heißt, wenn wir 20, 30 Jahre verheiratet sind und den anderen nicht mehr sehen können, bevor wir uns trennen, vielleicht zuerst mal üben, die andere Seite anzugucken. Ich habe jemanden im Buch, der Steve Morell, als er dann nach dieser Aufnahme zu mir kam, habe ich dann oft mit den Protagonisten Zeit genommen, denen zu zeigen, wie das etwa aussehen würde. So erstmal ganz pauschal. Und seine Freundin kam auch, die ist nicht im Buch, aber die kam auch. Und als er das Bild gesehen hat von ihr in der rechten Gesichtsseite, hat er gesagt, das Bild will ich haben und ich will sie in meinem Portemonnaie immer dabei haben, weil wenn ich mit ihr streite, dann schaue ich mir dieses Bild und ich kann sie nur noch lieben. Das fand ich wunderschön. Also ich habe richtig bemerkt, dass diese Arbeit, die Leute, also es war für alle Protagonisten fast therapeutische Arbeit, diese Auseinandersetzung. Und ich würde auch jedem Menschen empfehlen, das zu probieren. Aber dann muss man wirklich sich die Zeit nehmen, das wirklich so genau wie möglich machen, weil sonst entstehen einfach nur Monster und aus Monstern kann man nicht wirklich was sehen. Also es macht schon Sinn, das wirklich mit Mühe zu machen. Also du hast das wissenschaftlich akribisch genau gemacht natürlich, oder? Ich bin unglaublich akribisch wissenschaftlich. Perfektionistisch. Perfektionistisch ohne Ende. Also ich würde schon auch empfehlen, man sollte sich das Buch mal zulegen, um zu sehen, es ist wirklich auch wichtig, dass das ganz gerade ist und man nicht irgendeinen Zombie nachher kreiert, den man noch weniger lieben kann, als das, was man weiß. Man muss auch wirklich an diese Leute glauben. Ich habe auch immer in der Arbeit, dass ich mich wirklich richtig verliebt habe in sowieso alle rechten Seiten von den Menschen. Am Anfang war ich immer beeindruckt von den Linken, wow, wie ästhetisch. Und dann irgendwann, ach wie sweet und auch diese Schönheit, weil da sieht man die Kindheit, sieht man Geheimnisse. Das hat so fantastisch viel Leben. Ich habe mich in alle verknallt. Das ist ja ein super Reflex, der geschieht eigentlich, wenn du das betrachtest, also jetzt die rechte Seite, das heißt die Gefühlsseite, dann triggert das in deinem Gehirn eigentlich auch die Gefühlsseite plötzlich. Ja, 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 klar. Ich habe auch in der Ausstellung, ich muss sagen, dass die Ausstellung publik-privat, die eine mobile Ausstellung, also an der Stelle, wenn ihr Galerien habt und die Ausstellung wollt, fragen. Aber wir werden uns sehr bemühen, sie in die Schweiz mal zu holen. Das interessiert uns persönlich schon. Also das war nicht an den Wändern, die Bilder. Das Buch ist so ein Bonbon. Das ist sozusagen ein Bonbon zu der Ausstellung, wo man Informationen hat, wie das Gehirn funktioniert, es gibt auch Texte, wie es bei den Linkshändern funktioniert und so weiter. Also was ich gerade erzähle, ein bisschen mehr detailliert. Und die Bilder von den Leuten. Nebeneinander kann man die schauen. Aber in der Ausstellung kann man das nicht tun. In der Ausstellung, die Bilder hängen in der Luft und wenn du dann so in eine Richtung gehst, dann siehst du nur die rechte Seite von den Gesichtern. Und wenn du dich umdrehst, dann siehst du nur die linke Seite von den Gesichtern. Das bedeutet, du spazierst von unserer Gesellschaft, wie sie jetzt ist, bis in der Gesellschaft, wo ich gerne euch führen würde. Also von dort, wo du herkommst. Genau. 2114. Da könnte man sagen, 2114 ist die andere Seite. Es ist so, dass die Leute, die da hängen, an der richtigen Höhe von sich selbst stehen. Also wenn jemand 1,90 ist, dann steht er auf 1,90 und sein Gesicht ist groß wie sein Originalgesicht. Das heißt, du spazierst wirklich so wie in einer Straße mit den Menschen. Die Bilder sind so versetzt. Das heißt, hier hat den und die und da. Wenn jemand sich selbst trifft, also ein Protagonist kommt, dann sieht er sich Auge in Auge mit sich selber. Was aber ganz interessant war, ist zu sehen, dass wenn man von der Tür kam, in der Ausstellung, hat man erstmal unsere Gesellschaft gesehen und du hast wirklich geguckt, wie die Leute gucken. Aha, aha, aha. Also eigentlich normale Gesichtsausdrücke. Wenige berührt. Und wenn sie sich umgedreht haben und diese mehr von Emotionen, Lächeln und Sorgen und alles und Mutter und Kind, alle gelächelt. Es war echt so super fantastisch zu sehen, wo man dachte, boah, es braucht wirklich nicht viel, um an dem Herzen von den Menschen zu gelangen. Es ist so an Kleinigkeiten, das ist sofort da. Was hat das mit den Protagonisten selber gemacht, wenn sie sich so gesehen haben? Hast du das beobachtet? Ach, die haben sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Also die haben viel Zeit damit verbracht, sich selber anzuschauen. Da passiert schon was, oder? Ja, ja, ja. Also bei einer anderen Ausstellung, bei Asymmetrophobie, ist es doch sogar so, dass eine Frau hat wirklich mich gefragt, diese Bilder zu bekommen, weil sie in der Therapie war und sie hat es wirklich benutzt in der Therapie als Unterstützung. Ja, das kann man gut verstehen. Also das wird wahrscheinlich ganz schön was aufhören. Ja. Super. Sehr schön. Danke vielmals, Bilbo. Wir sind jetzt auch wieder mal so am Ende angekommen. Aber wie du uns ja mittlerweile kennst, was wären wir, wenn wir nicht noch ein paar Satzanfänge für dich hätten, die du vollenden könntest? Schon wieder. Aber weißt du, so spontan, dass du es gar nicht bemerkst. Probier mal. Ich vermelde dich so. Und ganz einfache natürlich. Am liebsten würde ich. Danke. Danke. Nächste. Mein Leben ist ... Jetzt wird nur noch Stille sein, denke ich dir. Hat vor kurzem begonnen. Ich bin ... Auf der Suche. Kunst ist ... Für mich einfach alles. Dann ist Politik ... Ein kleines Übel muss man aber durch ... Frieden ist ... Da wollen wir hin. Frieden ist eher sehenswert oder ... Erstrebenswert. Erstrebenswert. Nein, das ist doch zu dünn. Frieden ist einfach ein Muss. Frieden ist ein Muss. Ja. Okay. Und Liebe ist ... Ja, gehört dazu. Die Schlüssel dazu. Also Liebe ist die Schlüssel zu Frieden und Frieden ist ein Muss. Leben heißt ... Die Friede suchen. Super. Oder die Liebe. Super Schluss. Also die drei Dinge, die interagieren miteinander. Genau. Wir werden es dann im Nachhinein, wenn wir es dann uns ansehen, bemerken. Das waren die drei Komponenten. Einer zu vergessen. Nämlich? Vertrauen. Aha. Jetzt ist es da. Angenommen, du könntest eine Botschaft an die ganze Menschheit verbreiten. Jeder Mensch würde die hören. Und du hast nur einen Satz zum sagen. Was würdest du ihnen mitteilen? Beginne zu leben. Oder noch ein anderer. Genieße das Experiment, Mensch zu sein. Bilbo, ganz herzlichen Dank für die tollen Worte. und das spannende Interview. Wir sehen uns wieder. Ja. Ich danke dir. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Danke. Liebe Zuschauer zu Hause, es ist mal wieder soweit. Danke fürs Zuschauen und fürs Wiedereinschalten, wenn es dann heißt, Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams. Straftfulatique. Gnach. Das war schon mal der Sie. Ja. Ich habe noch einen Tag auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020